Der Abgang von Arsenal nach Leverkusen ist für Granit Xhaka kein Rückschritt. Kurz infolgedessen er Arsenal einsam hatte, gewann Granit Xhaka mit Bayer Leverkusen den Bundesliga-Titel und der Schweizer Mittelfeldspiel erteilte der die das ihm gehörende Gedanken weiterführend der die das ihm gehörende Wahl mit. Granit Xhaka erzählt von seiner Entscheidung, Arsenal hinter Leverkusen zu einsam im Jahr 2023 verließ Granit Xhaka Arsenal hinter langer Uhrzeit mit ihm, weil in sie Bundesliga zurückzukehren. Der Schweizer Mittelfeldspieler landete zwischen Bayer Leverkusen und entwickelte sich gegeben schnell zu der tragenden Säule. Granit Xhaka ist zum wichtigen Betriebssystem-Körnerl in dem Entwurf von Trainer Xabi Alonso geworden. Der ehemalige Arsenal-Star trug elementar dieser Fall zwischen, dass Leverkusen sie Saison mit einer ungeschlagenen Rechnung beendete. Die Menge der Titel, sie Xhaka hinter sieben Jahren zwischen Arsenal errang, entspricht der Menge der Titel, sie dieser Mittelfeldspieler hinter einer Saison in Leverkusen hat. Xhaka sagte, ich denke, mein Abschiednehmensakt von Arsenal ist kein Hosenschritt zurück, sondern zwei Schritte vorwärts. Denn hinter dem Gespräch mit Präsident Simon Rolfes glaube ich, dass in Leverkusen etwas Großartiges auf mich warten wird. Der 1992 geborene Spieler berichtete wenn schon weiterführend sie historische Saison von Bayer Leverkusen. Die Meriten der Mannschaft in der letzten Saison war nahezu perfekt. So eine Saison kann man spielen, so eine Herrschaft gewinnen. Tatsächlich gab es Zeiten, in denen ich dachte, Leverkusen würde vermutlich ein Wette verlieren. Aber an dem Schluss hat Leverkusen trotzdem gewonnen und dasjenige haben wir erwartet. Aber das Jahr wird es schwieriger wie letztes Jahr. Unser Absicht bleibt wenn schon in diesem Jahr sie Herrschaft. Der Verdichtung wird in der nächsten Saison viel überlegen, der die das sei nicht je, und daran muss sich jeder erinnern. Daher muss jeder Standpunkt in dem Team, solange bis hin zu Clubmitgliedern und auch Führungskräften, vereinbart werden. Die Anforderungen an uns werden überlegen, der die das sei nicht je, und daher wird sich dasjenige gesamte Team noch eher anstrengen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017